Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Heute geht es um das erste PSA Grading in meinem Leben. Ja und nachdem wir jetzt mit Backage schon angefangen haben, gehe ich jetzt das erste Mal auf PSA. Ich schicke insgesamt 5 Karten ein. Das Ganze wird aufgeteilt auf 2 Videos und wir schauen mal, was dann wirklich rauskommt. Wir gucken uns jetzt die beiden Karten an, die zuerst auf jeden Fall zurückkommen. Und wenn ihr die anderen auch nicht verpassen wollt, Like, Abo und Kommentars auf dem Kanal immer gerne gesehen. Also es wird einiges passieren. Dieses Video wird wahrscheinlich deutlich vor dem zweiten kommen. Also Abo nicht vergessen. Und ja, wir starten rein. Warum wird es unterschiedliche Grades geben? Ach ja, kurz vorweg. Ich muss gleich los, deswegen heute nur mit Basecap. Ich habe es vorher geguckt. Ich glaube, das bildet sich ganz in Ordnung aus. Also zweite Videohälfte wird dann wieder ohne. Und ich habe beim Fußball vor 2 Tagen einen Ball richtig fies aufs Auge bekommen. Also ich habe mich nicht geprügelt. Kids, prügelt euch nicht. Ich habe einfach einen Ball beim Fußball abgekommen. Darum das blaue Auge. Ja und ich schicke 5 Karten ein, die ich euch schon mal vorgestellt habe. Und zwar meine Munichkarten. Die Promos von Pokémon, die ich mir damals, bevor der Hype losging, noch in den Japan bei Ebay quasi geschossen habe. Und ja, die wollte ich immer zu PSA schicken, nicht zu Beckett. Die sollen zu PSA. Und jetzt hat sich die Möglichkeit geboten, diese einzuschicken. Bei PSA ist es halt wieder ein bisschen anders als bei Beckett. Da hat man ja die unterschiedlichen Value-Stufen. Je nachdem, wie viel Wert die Karte hat, desto mehr muss man bezahlen. Und ob man jetzt den günstigsten Service nimmt, dann muss man es halt am Ende bezahlen. Der sogenannte Recharge. Also dann bezahlt man halt einen teuren Service und hätte eigentlich eine kürzere Zeit gehabt. Darum werde ich es aufteilen. Ich habe zwei in einem höheren Service. Die werde ich zusammen in einem Video packen. Und dann die anderen drei in einem, der länger dauert. Ja, das Ganze schicke ich über einen Bekannten ein. Der macht das dann mit Arc-Rating. Und ich bin echt mal gespannt, wie es läuft. Weil die Karten, die sind schon was wert, wenn die die richtige Note bekommen. Und ja, wir starten mit der ersten der beiden, die heute in dem Video sind. Das Ganze soll dann nämlich ein bisschen mehr als 30 Tage für beide dann dauern. Aber wie gesagt, dann sind die ja erst noch in Großbritannien. Noch wieder zu der Person in Deutschland. Von der Person wieder zu mir. Also ich hoffe, dass ich sie dieses Jahr wieder bekomme. Sagen wir es mal so, dass das klappt. Und hier haben wir das Pikachu. Und das ist einfach eine wunderschöne Karte. Ich finde die Karten alle fünf so geil. Ich habe auch echt überlegt, ob ich die in einen Service stecke. Und entweder lange warte und den Recharge bezahle. Aber das kann ich einfach bei den Karten nicht. Darum sind das einmal die hier. Und die sind eigentlich echt gut. Die haben hier so mini. Sieht man das in der Kamera? Hier oben. So ganz, ganz mini Sachen. Also eine 10 wird es nicht werden. Ich habe auch schon 9 gesehen, die das haben. Aber mindestens eine 8 wird es auf jeden Fall. Und Stand heute, ich habe da mal geguckt, weil ich ja den Wert einschätzen musste. Ich würde halt von einer 8 Minimum ausgehen. Hoffen auf eine 9. Und wenn es eine 9 wird, ist das eine Karte, die 1500 Euro wert ist. Und das wäre halt schon echt geil, wenn die diese Note bekommen. Eine 8 ist wieder gleich eine ganze Stufe weniger. Aber ich hoffe einfach mal, dass hier alle Karten mit einem guten Grade rauskommen. Und ja, ich finde sie einfach wunderschön. Wie gesagt, wenn es eine 8 wird, weniger als eine 8, fände ich hart enttäuschend. Also das würde ich überhaupt nicht sehen. Aber ja, ich hoffe einfach, dass das Beste. 10er, wie gesagt, gehe ich aufgrund der kleinen Macken sowieso nicht von außen. Selbst Wende 10 würde ich nie schätzen. Aber ja, 9 wäre top. Ich gehe, es schwankt so zwischen 8 und 9. Also ich weiß gar nicht, ob PSA noch diese Halbnoten überhaupt macht. Also sonst eine 8,5 wäre so mein Gäst. Also genau dazwischen. Und ja, ich hole sie jetzt nicht extra nochmal raus. Weil sonst sind sie ziemlich clean. Und Karte Nummer 2, die sogar noch mehr wert ist, wusste ich gar nicht. Als ich nachgeguckt habe, dachte ich, okay, krass, ist noch viel mehr wert als Pikachu. Und zwar dieses Mimigma aus der Serie mit Pikachu auch noch im Hintergrund. Bei der anderen hatten wir eben, den hatten wir da. Der hatten wir Evoli im Hintergrund. Und hier haben wir das Mimigma. Und hier verhält es sich vom Zustand her ähnlich. Da so ganz da, da sieht man, über den Kratzer da so. Minimalst was. Oder hier unten in der Ecke. Ja, so aus dem Blick sieht gar nicht wieder so aus. Also sind echt in einem Top-Zustand. Hier oben nochmal ganz, ganz klein. Also wie gesagt, auch wieder kein 10er-Kandidat bei der 10. Dann muss ich auf jeden Fall, muss ich nachzahlen. Weil 10er von der Karte, die ist 2.500 Euro wert. Also zumindest verkaufs zuletzt. Und sonst liegen wir hier bei so knapp 1,7. Wenn es einen 9 wird, wovon ich eigentlich ausgehe. Weil sie hat weniger als das Pikachu meiner Meinung nach. Aber beide top. Und also Card Market wäre es auf jeden Fall eine 10. Aber die sind beide in einem sehr, sehr guten Zustand. Auch hier würde ich eher auf die 9 gehen, als wie gesagt 8,5. Und das wäre halt echt richtig nice, wenn diese Karte das Great bekommt. Weil ich feiere sie einfach die ganze Zeit schon hart ab, seitdem ich sie habe. Ich habe damals, muss man sich mal vorstellen, habe ich überlegt, lange überlegt, vor dem Hype, als die Preise noch niedrig waren, wo man sich vielleicht auch selbst, ich erst erst relativ neu wieder am Thema drin war, habe ich alle 5 Mönchkarten für knapp über 200 Euro bekommen. Allein die Raw-Karten sind halt schon so viel mehr wert. Und ja, mal schauen, was hier jetzt am Ende rauskommt. Und wie schnell das Ganze geht. Also für euch zur zeitlichen Einschätzung, wir haben jetzt, was haben wir eigentlich, wir haben jetzt genau Mitte Oktober, also wir haben den 16.10. Da gehen die Karten jetzt morgen auf die Reise. Und ich bin gespannt, was ihr jetzt gleich im Video seht und was ich hoffentlich dieses Jahr noch wieder in den Händen halte. Und ja, Zukunftsdelixer, lachen uns wie die Greats sind. Und jetzt sind die Karten wieder da. Ihr habt sie eben noch gesehen. Ich habe jetzt insgesamt 5 Monate auf diese Karten gewartet. Es hat ein bisschen gedauert, dadurch, dass die Submission bestehen aus 5 Karten, logischerweise die 5, die zusammengehören, Mimikma, Pikachu und die anderen 3 waren in unterschiedlichen Service-Leveln bei PSA unterwegs. Und dadurch hat sich das ein bisschen verzögert. Mimikma war relativ schnell fertig. Pikachu hat länger gedauert als die anderen 3, die im Bulk-Level unterwegs waren. Darum kam jetzt am Ende alles auf einmal zurück. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Mein erster eigener PSA-Return ist schon was Besonderes und dann mit so besonderen Karten. Ich habe es euch im Teil 1 schon gesagt. Ich habe die für knapp über 200 Euro geschossen damals. Heute ein vielfaches Mehrwert. Ich habe mir so die Price-Ranges von PSA 8 bis PSA 10 mal rausgesucht und angeguckt, damit ich weiß, okay, worüber reden wir eigentlich, was es wird. Ich hoffe, schlechter wird es nicht. Bei einer Karte bin ich gespoilert. Das Mimikma erzähle ich euch gleich noch warum. Bei den anderen bin ich es nicht. Und heute gucken wir uns halt zusätzlich zu dem Mimikma noch das Pikachu an. Ihr habt es in Teil 1 gesehen. Und ja, los geht das Ganze. Dann haben wir nämlich hier dieses wunderschöne Pikachu. Wie gesagt, ich finde die Artworks nach wie vor durch diesen künstlerischen Effekt von Mundi mit die... Ich glaube, es sind die schönsten Promos, die es jemals gab. Meiner Meinung nach, ich finde sie halt so besonders und bin jetzt extrem froh, sie in einem Case zu haben, weil ich hatte immer ein bisschen Angst, dass sie kaputt gehen. Jetzt sehe ich hier gerade, hier ist scheinbar irgendein Dreck noch. Ich weiß nicht, ich hoffe, das ist nur in der Folie und hat sich hier irgendwie reingesetzt. Und das kriege ich raus, dass es nicht im Case ist. Im Case wäre es halt echt blöd. Aber das muss ich mir nochmal angucken. So genau habe ich mir die Karten noch nicht angeguckt. Ich habe sie mir noch halb so ein bisschen angeguckt, damit ich halt nicht gespoilert werde. Und da ist mir aufgefallen, die sind alle ein bisschen locker. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Sie sind sehr, sehr locker in dem Case. Eigentlich alle. Aber da sie nur rumstehen und jetzt nicht noch umgeschickt werden, sollten sie eigentlich keinen großen Schaden nehmen. Ja, Karten hatten wir uns zusammen angeguckt. Also ich glaube, da kommt jetzt keine Überraschung. Das kann man vorher logischerweise deutlich besser sehen als jetzt. Und ja, das ist Pikachu. Ich habe gesagt, ich bin froh, wenn alle eine 9 werden. Ich habe sie teilweise schlechter geschätzt. Und ja, ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin es und wir haben Pikachu-Munsch-Promo in einer 9. Also genau das, was ich wollte. Sehr, sehr cool. Meine Freude ist ein bisschen verhalten. Ihr werdet es gleich merken, warum. Aber eine 9 ist halt richtig, richtig cool. Diese Karte in PSA 9 geht für knapp 1000 Euro. Eine 10 einfach das Doppelte. Das geht für 2000 Euro. Aber eine PSA 9 Pikachus-Munsch-Karte in Mint. Also was will ich mehr? Ich habe sie damals gekauft in Niermint. Es hat einen neuen mit Mint bekommen. Wie gesagt, ich hoffe jetzt inständig nur, dass dieser Dreck nicht im Case drin ist. Und dass ich den einfach jetzt gleich irgendwie rausbrüllen kann im Nachgang. Aber ja, eine wunderschöne Karte. Und die geht mit den anderen, wenn ich die Videos gemacht habe, direkt ins Bankschließfach. Weil so eine Werte möchte ich einfach nicht zu Hause rumliegen haben. Das ist schon relativ ordentlich. Ja, aber das war nur die erste. Und jetzt kommt von den Munsch-Karten die wertvollste. Und hier kenne ich das Grade. Ich habe hier einmal das Mimigma. Und zwar habe ich über einen Bekannten das eingeschickt. Der hat diese Submission, der macht das jetzt nicht mehr. Aber über Arc-Grading eingeschickt. Und jetzt hat er einen anderen Partner, mit dem was macht. Bin ich auch sehr froh, weil er aus Deutschland kommt. Und das ist wesentlich einfacher, was Versand etc. angeht. Und dann im Endeffekt für mich auch günstiger. Das ist immer gut. Aber ja, die haben diese Karte gepostet. Und dann hat er mir geschrieben, sag mal, möchtest du wissen, was deine Karte hat? Und dann habe ich dann gesagt, das ist nicht ernsthaft meine Mimigma-Karte, die die gepostet haben, oder? Also doch, das ist deine Karte. Und darum weiß ich, was es ist. Und es ist eine Gottverdammte 10 geworden. Es ist eine PSA-Mimigma-Munsch-Promo-PSA-10. Zieht euch das mal rein. Das ist sowas von heftig. Ey, ich bin da fast, ich habe die gesehen und dachte nur so, ey, es könnte deine sein. Es könnte wirklich deine sein. Und als mal Anu mir dann geschrieben hat und meinte, willst du es wissen? Und ich so, ne, das ist nicht meine. Das ist nicht meine. Ich bin hier auf, ich saß auf dem Sofa. Ich bin rumgesprungen vor Freude, weil ich dachte, das kann nicht sein. Nein, das ist deine Karte. Du hast wirklich die 10 bekommen. Ey, ich war so komplett durch. Weil, ihr müsst euch vorstellen. Diese Karte alleine in einer 10 ist der aktuelle Marktpreis, der gezahlt wird. 3.500 Euro. 3.500 Euro. Nur für diese eine Karte in einer 10. Das ist halt absoluter Irrsinn. Das ist ein absoluter Irrsinn. Und ich bin mega stolz, diese Karte in meiner Sammlung zu haben. Weil, guckt euch das Baby an. Ich hätte nicht mit gerechnet, weil hier oben war so minimal zu. Das habe ich euch ja gezeigt. Für mich ist es halt schon ein bisschen her, darauf wiederhole ich mich vielleicht. Aber es ist halt überragend cool. Diese Karte in einer 10. Und darum war ich bei Pikachu jetzt so leicht verhalten, weil ich die Hoffnung hatte, vielleicht wird auch Pikachu eine 10. Ich bin mit der 9 da völlig d'accord. Ich finde diese 10 einfach übertrieben cool. Ich finde sie übertrieben cool und bin mega happy. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie happy ich bin, dass diese Karte eine 10 bekommen hat. Ich rede jetzt hier die ganze Zeit das gleiche darum. Denke ich, ist es okay, wenn wir mit dieser Karte das Video dann auch beenden. Weil ich freue mich halt einfach immer noch so saumäßig über diese Karte. Über dieses Great. Es ist einfach ein absoluter Irrsinn. Und ich bin mega froh, die Karten damals gekauft und jetzt eingeschickt zu haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Die anderen drei Munschpromos, wie gesagt, die kommen jetzt in einem separaten Video, weil ich dachte, die kommen viel, viel später an. Ich habe sie hier schon liegen. Ich bin mega hyped drauf. Darum, auch die hatte ich so einen 9er Bereich gehofft. Eine ein bisschen schlechter. Mit den beiden Noten habe ich die Hoffnung, dass wir vielleicht auch da die 9 oder vielleicht noch mehr herausbekommen können. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Dann könnt ihr euch das zweite Video dazu auch noch angucken, was für Grades ich für die Munschpromos noch bekomme. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich freue mich jetzt, das Video aufzunehmen. Und ja, ich freue mich genauso, wenn ihr dann bei dem Video dabei seid. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.